incognito reisen das wär's wohl 30 januar 2019 mit einem besonderen dank an robert beck er möge es mir verzeihen dass ich seine wunderschönen grellen farben hier zu einem blau weiß habe werden lassen wer das original sehen möchte dass hier ohnehin fast gänzlich verdeckt ist und außerdem noch abgeschnitten der suche es über die google suchmaschine oder eine suchmaschine seines vertrauens oder besuche robert beck auf facebook dort kannst du all seine farbkreationen bestaunen incognito reisen was wär's wohl ich möchte untertauchen in ein weißes viereck ein warmer wasserstrahl wäscht den stallgeruch von haut und hand kratzen dürfen wo es schmeckt ich möchte den absprung freier fall mit zeitverzögerung keine hast scharfe bilder ohne die vielen farben die ich gerade nicht mag das nächste mal wieder ausgleiten schleifen lassen ich weiß ja dass mich mittendrin ein signal erreichen würde du bist nicht gefragt also stürze dich in den alltag in die szene mit den vasallen schnapp dir das einzige megafon ich möchte auftauchen ich möchte auftauchen als der der ich schon immer war nur niemand sollte es merken dass ich es bin ich es ich sie ich ich und Vielen Dank.